Und damit ein Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Never Alone. Dieses Spiel ist ein Indie-Game und ja, das ist was anderes als man erwartet hat. Never Alone wurde in Zusammenhalt mit der indigenen Bevölkerung Alaskas zusammen entwickelt und taucht tief in die traditionelle Folklore des Inupiatos-Volkes der Arktis ein, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu präsentieren. Ja, ich weiß, der Text mag zwar vorgelesen sein, aber so lässt sich das am besten erklären. Ich freue mich schon sehr, dieses Spiel zu spielen. Ich habe mir den Trailer angesehen und habe gesagt, komm, für die 3 Euro, die es gerade im Angebot ist, schlägst du jetzt zu. Und ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Das wird ein sehr, sehr schönes Spiel sein und ich möchte dieses Spiel auch gerne spielen. Denn schöne atmosphärische Spiele spiele ich sehr gerne. Lass uns keine Zeit verlieren, wir starten ein neues Spiel. Kultureinblicke gibt es offenbar auch. Ich gehe mal kurz die Optionen durch. Einstellungen, Bildeinstellungen. Untertitel Erzähler mache ich aus. Untertitel in die Einblicke erweiterte. Lauffähigkeit, Textur, Hoch, Schatten. Okay, ich will nur kurz, kurz sicher gehen, dass hier alles richtig eingestellt ist. Voll. Wasserreflexion, okay. Bestätigen. Ich weiß nicht, was diese Unter... Was will ich aushaben? Ich weiß nicht, was diese Untertitel Einblicke sind. Ich lasse das jetzt mal kurz an, nur um zu gucken, was das ist. Und dann lasse ich es so. Okay. Spieletipps. Lass ich auch drin, weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Man kann das Spiel auch zu zweit spielen. Aber ich werde das Spiel alleine spielen. Man kann auch einen lokalen Koop machen. Aber das lasse ich lieber. Was ist denn Kultureinblicke? Ah. Man muss die Sache noch freischalten, okay. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Lasst uns ein Spiel spielen, was einzigartig ist. Die Inumpiats sind eines der indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in einer großartigen Umgebung der Welt überlebt. Jene mehr über die Inumpiats durch die freischaltbaren Kultureinblicke. Mann, ich mach mal kurz. Mach mir die mal aus. Das war's. Das war's. Ich muss mich sjötsen. Ich hab daug. Sorry. Ich bin kass. Ich bin kass. Ich bin kass. Ich bin kass. Das war's für mich. Ich habe mir das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich jetzt ehrlich, dass ich die Unterteile am Anfang abgeschaltet habe, aber das ist jetzt Wahnsinn, das hat mich jetzt schon sehr stark beeindruckt, dass die Sprache des Inupiaz-Volkes noch hier mit eingebaut wurde. Nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, dass die Sprache des Inupiaz-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk. Ich habe die Sprache des Inupiaz-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk-Volk. Oh mein Gott! Hops! Wow, fast zu wissen, dass ich eine Fische Koibe bin. Uhhh! Weee! Dann können Bären so springen. Im Koop-Modus-Spiel auf einem zweiten Controller A drücken, um als Fuchs einzusteigen. Drücken, um Fuchs zu wechseln. Das Wetter klarte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Auf geht's. Das Spiel wird mir jetzt schon sehr gut gefallen. Was kann ich denn so machen hier? Achso, okay. Tab ansehen, Polarfuchs. Oh, der ist ja goldig. Ist der niedlich. Oh. Fuchs, wenn der kein Wende klicken kann. Okay. Fuchs, wenn der Klettern. Hä? Wie macht das denn jetzt am besten? Aha. Fuchs, Seil herunterlassen. Das ist wie bei True Boras, äh, A Tale of, äh, A Tale. Boras, A Tale of Two Sons. So. Shift und L. Ah. Ah. Ich kann sie erst ein hochkliftern. Danke, Fuchs. Ah. 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 Hä? Ah. Oh. Ah. Was ist los? Hm? Komm mit. Wui. Oh, hast du dir wehgetan? Hast du dir wehgetan? Ach man, oh. Da geht mir gerade mein Herz auf. Gegen den Windstern. Moment. Oder man macht es anders. Man läuft einfach bei den Pausen. Karibus und Kleidung. Oftmals kann man sich das ansehen. Hey. Ah. Oh. 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 Oh mein Gott. Was habe ich getan? Oh. 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 Häh. Was muss ich denn machen? So. Fuchtsteuernder Geister. Ich will den kleinen Fuchs nicht töten. Sia hat eine Seele. Okay. Was passiert, wenn ich es abspiele? Silja ist der Wetter. Es bedeutet auch die Atmosphäre. Hier ist der Nuna, oder der Land. Und es ist alles, von der Land, von der Moon, der Sun, der Stars. Das ist Silja. Es ist sehr spiritual, und wir haben eine relationship mit Silja. Silja hat eine Säule, in der wie wir als Menschen tun, in der wie die Tiere tun. Ich denke, spirit helpers, in und of themselves, sind wirklich über wie wir connected with things. Und so, es ist, dass es ein spirit helper, dass sie sich als ein bird zu zeigen, oder es ist ein spirit helper, dass sie sich tatsächlich zeigen, zu zeigen, mit der face und body von einem Mann, unterosphericen Form zu sagen, damit das ist nicht etwas ganz anderes. Es ist eine thế Einstellung, zwar ein Wickes Keyes sehr young. Wir haben immer das Gefühl, dass alles rund um uns ist. Es ist die interaktion du hast mit dem Air du breathierst, den oceanen, die du gehörst von, die rivers von denen du gehörst, die tundra von denen du gehörst, die Tiere, die Tiere, es all of das. Das sind doch so kleine Videoclips. Okay, dann weiß ich Bescheid. Gehen wir mal weiter. Fuchs, während er das Klittern drückt, von der Wand abzuspringen. Hä? Ich mein's normal. Aha. Ja. Aha, okay. Das ist ja schön. Hui. Ich lass mich hier auf dem Weg blasen, als die Tastenkollektion so schnell zu drücken. Ich weiß nicht warum, aber shift und L? Hapsa. Komm mit kleiner Fuchs. Zu spät. Haps. Haps. Alter, was ist denn ein Sturm? Aha. Muss ich ja durchkriechen. Ah. Muss ich ja durchkriechen. Aber es geht nicht. Dein Fuchs kommt nicht. Ich komm hier als Mensch, komm ich da nicht durch. Tundra-Experte. Ah. Und wenn ich jetzt Fuchs einspringen, jawohl. Jetzt muss ich da oben reinkommen, genau. Das ist ja cool. Warte mal. Was ist mit dem Fuchs hier? Was ist mit dem Geist? Oh. Da bin ich wohl runtergerutscht. Mist. Sie kann nicht schwimmen. Oh, der Fuchs hat sogar Mitleid mit ihr. Oh, das ist so eine schöne Geschichte. Und noch einmal. Surfing in der USA. Ewa. Oh, geschafft. Oh. Hm? Was kann ich jetzt machen? Oh, das muss ich schwer werden. Na komm. Ah, geschafft. Ah, jetzt verstehe ich so langsam. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mann. Ich brauch dich, Fuchs. So, nochmal. Fuchs, du bist nicht sehr nützlich. Und jetzt so, und dann hopp. Ach, Mann. Und jetzt aber. Geschafft. Was ist denn jetzt passiert? Ist das Dorf abgebrannt? Was ist das? Das war's für heute. Es heißt, dass mit jedem der Windwirbel puriger Schnee in alle Richtungen wirbelte. Und ich würde sagen, ich beende jetzt hiermit die erste Folge. Bleibt sich mir gewogen und bis morgen. Ciao.